moin leute und herzlich willkommen auf perfect gm und ja heute wird mal der neue modus 5x20 gezockt ich würde mal sagen wir gehen mal direkt also eher gesagt ich in nach Tilted Towers es könnte auf jeden fall so sein ich habe schon mal ein paar runden vorher gespielt das in Tilted Towers das spiel etwas laggy ist weil keine ahnung gefühlt 50 leute oder so in Tilted Towers sind aber ich werde mal schauen hoffentlich geht es ich weiß es nicht wow sorry für die lauten sounds was geht hier gerade ab ich bin mal gespannt ob jetzt einer reinläuft so laggy alter nein 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 oh da hab ich einer mit der falle geholt scheiße scheiße noch mal niedergeschreckt was war okay ich will jetzt erstmal die dinge da kommt noch welche oh ja oh ja und noch mal weg okay okay da ist die falle weg leider ich würde sagen ich hänge noch eine kleine dran und vielleicht wird die ja nachher besser laufen bis nach so in der zweiten runde und wird sagen noch mal töten towers und da alle markieren schön töten towers gönnt euch jungs auf da ja 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 ö ja 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 Okay. Moin. Was geht ab? Moin Jungs, alles fresh bei euch. Okay. Endlich mal ein bisschen. Oh, nur neun Leute, oder? Neun Leute vom eigenen Team. Naja. Uiuiui. Hey, warte Gott. Schön nach Fallen ausschlafen. Ist einer drinnen, oder was rushen die da so vor? Hier drinnen, höre ich ein. Nein, komm her. What? Hey. Das hier drinnen. Haha. Ich mach mal ein paar Spielchen mit dem. Ich glaub hier brauch ich den Dings noch nicht. Wo ist er denn, hä? Oh Mann. Hallo. Ja. So. Nicht anlegen, jung. Okay. Äh. Da wollt ihr es wissen. Alles klar. Oh Scheiße. Gar nicht drauf geachtet, dass das so schnell geht. Oh oh. Das war's für mich vielleicht. Nein. Ich bin sights公開. duction. Ich bin spear die Hände. Ja. Ich bin ... Nee. Ich bin Él. Ich bin einschlappen. Ja. Ab ち. Den shredding Must weg. Das. Dat reinigmartie. Beide ein gekle. Kannpra in Individuen. Wenn er es reingrabbeln schafft, dann hole ich ihn noch, ansonsten tut er mir leid, er schafft das noch, komm rein, nein, okay, ja, 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 jetzt muss ich direkt weiterlaufen, oh oh, komm hoch, what, hab Hit, den holt er sich jetzt, hoffe ich, jawoll, sehr geil, so gefällt mir das, gg, hä, nein, laut, ich kann mich nicht bewegen, erstmal mit der Holzscheiße bauen, okay, äh, zack, wo ist der andere Mate, unter unter mir und der andere kommt, okay, gg, äh, nice, okay, das könnte was werden, es gibt nur noch ein Fünferteam, das ist etwas Kacke, einer ist auf jeden Fall ein Busch, mal logisch was ist, auf jeden Fall zack, du hast dort blau Gold noch boards, jetzt raus, sowas dafür zu paus haben und bereit nuclear, voll, auf jeden Fall vorll, fluchtaEERn, oh gordisch das Kacke, gefällt mir jetzt eine Ahnung, ! Das war's. Oh Gott, oh Gott, GG, noch einer lebt, das müsste der Sieg werden. Anscheinend kommt es auch von da. Jawohl, GG, und da haben wir den Sieg. So, und ich würde sagen, damit, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Die war mega nice, die erste Runde auf High-Kills, die auf R-Sieg. Und ja, ich würde sagen, falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und haut rein und ciao.